Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Ich kaufe Adventskalender, damit ihr am Ende genau wisst, welche sich für euch wirklich lohnen und welche eigentlich nur... ...die sich nicht lohnen. Hi Friends, ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Sonntags gibt es ja ab sofort immer so ein kleines Extra-Video mit den Adventskalendern. Ich will nämlich nicht die regulären Videos mit Adventskalendern füllen, wenn ich anderen Content für euch habe. Und zwar haben wir heute diesen XXXXL-Kalender von Balea. Der ist so groß, dass er kaum ins Bild passt. Aber den werden wir heute aufmachen und wie schon im letzten Sonntagsvideo so eine kleine neue Bewertungseinheit mit einführen. Wie ist das Packaging? Wie sind die Produkte da drin? Und wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis? Drei Kategorien mit maximal jeweils fünf Punkten oder fünf Sternen, die erreichbar sind. Und für euch ganz, ganz wichtig, ich verlose alle Inhalte der Kalender an euch. Ich werde das in viele verschiedene Pakete aufteilen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist diesen Hashtag mit dem Emoji-Weihnachtsmann in die Kommentare schreiben. Ihr könnt gerne noch was anderes dazu schreiben, freue ich mich natürlich. Und dann packe ich euch automatisch in den Lostopf. Und dann könnt ihr was gewinnen. Und ich würde vorschlagen, wir starten. Ich habe den Kalender jetzt mal so vor mir positioniert, dass es nicht so viel hier am Mikrofon raschelt. Der Kalender ist nicht wiederverwendbar. Also ihr habt keine einzelnen Kästchen, sondern die sind fest mit Türen. Mich interessiert der Kalender tatsächlich sehr, weil da nicht unbedingt Make-up drin ist. Und ich finde, bei Make-up kann man immer recht viel falsch machen. Bei einem Pflegekalender und Balea ist ja eher so Pflege und Accessoires und Tools, kann da eine Vielzahl mit drin sein. Und deswegen holen wir uns eine Kiste und starten auch hier. Ich gehe nicht der Reihenfolge nach der Türchen, um euch die Überraschung nicht zu versauen. Der Kalender kostet 14,95 Euro und ist, bevor ich ihn öffne, eigentlich wirklich eine 5 von 5. 15 Euro ist ein guter Preis für 24 Produkte. Die sind wahrscheinlich in den Reisegrößen teilweise. Aber klingt erstmal gut, 5 von 5 Sternen. Was ich persönlich immer mag, ist, wenn das Packaging an den Adventskalender angepasst hat und das keine Produkte sind, die sich über das Jahr lang nicht verkauft haben. Und das ist in dem Kalender auf jeden Fall beim ersten Produkt schon so. Und da haben wir hier diese kleine süße Gesichtsmaske. Die soll Feuchtigkeit spenden und ist mit Traubenkernöl. Ich rieche mal dran. Oh ja, riecht tatsächlich sehr gut. Da sind 20 Milliliter drin. Damit hat man mit Sicherheit 3, 4 Anwendungen. Und was ich sehe, hier ist an den Türchen steht immer so ein kleiner Spruch. Einzigartig ist viel besser als Perfektion. Also auch wirklich hier so ein bisschen Liebe aufs Detail. Und das merkst du halt auch wirklich beim Packaging. Ich komme ja mit einem anderen Blick auf dieses Business so ein bisschen und weiß, dass viele Kalender in Adventskalender kommen oder viele Produkte in Adventskalender kommen, die sich nicht so gut verkauft haben. Um das Lager fürs nächste Jahr leer zu kriegen, wird das da reingemacht. Das ist prinzipiell nicht schlimm, weil wir als Konsumenten und Konsumentinnen wirklich auch immer neue Produkte für uns vielleicht sehen, die wir so nicht gekauft hätten und meistens ja doch immer was mit dabei ist. Wir machen weiter. Wir haben ein Duschgel mit einem süßen Eichhörnchen. The most wonderful time mit weihnachtlichem Duft. So sieht das Fläschchen einmal aus. Auch hier, das ist eher eine kleinere Größe, 50 Milliliter. Auch das ist vegan. Und das riecht... Oh ja. Das riecht wie ein Plätzchen. Warte mal, wie heißt denn das? Ich bin sehr schlecht mit Plätzchen. Nee, das riecht Tatsache 1 zu 1 wie Lebkuchen. Das riecht nach Lebkuchen. Süß. Ich würde mir wünschen, dass die Produkte, die es in dem Adventskalender gibt, auch nochmal in Full Size rauskommt, dass man sie sich nachkaufen kann. Wobei das wahrscheinlich immer schwierig ist. Vermutlich wird das dann im nächsten Jahr soweit sein. Wir haben eine Body Lotion. 50 Milliliter. So sieht das Schätzchen einmal aus. Auch die ist vegan mit wundervollem Vanille-Kokos-Duft. Ja, riecht tatsächlich auch gut. So ein bisschen frischer. Ich finde, es muss ja nicht immer alles nach Plätzchen riechen. Mhm. Riecht sehr, sehr gut. Die kriegt meine Mama. Die liebt ja so einen Duft meiner... Also wenn ihr meine Mutter irgendwann mal zuverlängerweise sehen solltet. Meine Mutter riecht... Du riechst sie. Sie riecht nämlich immer wie Vanille-Kipferl. Und ein bisschen gebrannte Mandeln. Lieben wir. Okay, wir haben ein großes Türchen. Ach, das ist ja süß. Das sind Augenpatches, die in Sternformation sind. Extra weiche Hydroge-Augenpatches kühlen die zarte Augenpartie und wirken Schwellungen entgegen. Hyaluronsäure ist mit drin und Vanilleextrakt. Ihr könnt es wahrscheinlich jetzt nicht erkennen. Das ist wirklich wie so ein kleines Sternchen hier. Ja, die liegen preislich mittlerweile ja auch schon so um den Euro rum. Süße Sache. Wir haben eine Nachtcreme. Intensive Feuchtigkeitspflege über Nacht. Hier muss ich dran riechen. Es tut mir leid. Ich bin ja so eine Geruchsmaus. Die riecht jetzt gar nicht so intensiv. Ich nehme mal ein bisschen raus. Doch so ein bisschen nach Lebkuchen riecht die auch. Aber nicht so doll, nicht so intensiv. Ich finde bei diesen Adventskalendern, auch in diesen Reisegrößen, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Viele von euch verreisen ja auch über Weihnachten, über die Feiertage oder dann im neuen Jahr. Und da sind so diese kleinen Probiergrößen, sage ich jetzt mal, vielleicht gar nicht so schlecht. Und ich glaube, da bin ich, da messe ich immer mit so einem zweischneidigen Schwert. Bei Make-up Probiergrößen kann auf der einen Seite gut sein, bei Pflege, das Ding hat 15 Euro gekostet und halt nicht 60. Wir haben eine Haarmaske, auch hier wieder angepasst an die Limited Edition. Da kann man bestimmt zwei oder drei Anwendungen, je nach Haarlänge, mit rausholen. Die sollen die Haare pflegen und hat sogar eine Antistatik-Formel mit drin, dass die Haare nicht so fliegen. Super, super süß. Wir sind mal ein bisschen schneller. Wir haben ein Waschgel mit Glycerin, auch hier in der kleinen Größe, aber alles passend aufeinander abgestimmt. Uh, das ist etwas Neues im Adventskalender, meiner Meinung nach. Ein Haaröl. Das ist natürlich mal was ganz Spannendes, weil Öle natürlich immer recht hochwertig sind. Hier muss ich auch dran riechen. Riecht gut. Riecht gut, auch nicht zu doll, nicht zu intensiv. Haaröle liebe ich tatsächlich noch einmal die Woche. Tut es mir immer sehr leid fürs Bettlaken. Schmiere ich mich von oben bis unten in Ölen ein, auch die Haare, auch die Wimpern, alles und gehe so ins Bett. Und am nächsten Tag ist meine Haut wie ein Baby. Wir haben eine Cremedusche mit Schoko-Honig-Duft. So sieht die aus. Auch hier wieder ein bisschen anders. Oh, geil. Ich liebe Weihnachten. Also, ich liebe an Weihnachten nicht unbedingt Weihnachten an sich. Ich brauche Weihnachten. Ich bin nicht so gläubig, dass ich das... Egal. Ich mag diese Düfte und diese Vibes, dieses Gemütliche. Und ich erinnere mich an meine Kindheit zurück in Bayern noch, als da so richtig dick Schneelag noch. Und dann riecht das ganze Haus nach Plätzchen und Rotkohl. Und es macht mich wirklich glücklich, Düfte. Das ist was ganz, 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 ganz tolles, Düfte. Hier ist ein kleines Türchen. Ein Washi-Tape für unsere kleinen Bastelmäuse. Das ist drei Meter Tatsache. Drei Meter Washi-Tape, um so ein bisschen was zu dekorieren. Viele von euch machen ja auch so Journaling oder so. Kann man bestimmt auch auf Geschenke machen. Süße Sache, dass hier halt nicht nur Pflege drin ist. Mein Geburtstag. Das ist mir die liebste Tür. Als hätten sie es geahnt. Eine Augenpflegecreme. Die soll Feuchtigkeitsspenden und Vitamin E beinhalten. Süß, auch hier wieder ein bisschen Pfleger. Ein Lippenbalsam für geschmeidige, weiche Lippen mit cremigem Schokoladenduft. Könnte das ein Dupe sein zu meinem eigenen Lipgloss? Ne, der schmeckt nicht so wie meiner. Aber ist vielleicht auch ein süßer Glossersatz. Wir haben eine Tagescreme. Auch hier wieder was anderes. Ich muss sagen, bis jetzt, wir haben fast die Hälfte oder wahrscheinlich sogar schon mehr als die Hälfte. Und es hat sich noch nichts gedoppelt. Also hier sind nicht zwei Nagellacke drin. Und hier sind nicht zweimal Haaröle oder irgendwie dasselbe. Sondern es ist schon so, dass man eine komplette Pflegeroutine damit machen könnte. Wir haben eine Fußbutter. Ist auch mit drin. Auch die ist natürlich vegan. Alle Produkte sind hier übrigens vegan, glaube ich. Mit süßem Vanilleduft. Kleine Geschichte. Ne, die erzähle ich euch beim Aufgebraucht-Video. Ich habe diese Fußmasken gemacht, Freunde. Lass es sein. Süß. Brauch. Brauche ich. Dann haben wir ein recht großes Tübchen. Ein Duschpeeling mit blumigem Rosenduft. Da kommen auch schon so kleine Kügelchen raus. Auch hier, wenn man nicht so den Weihnachtsduft mag, hier habt ihr so ein bisschen was Blumigeres. Ein Haarduft. Winterlicher Blumenduft. Ich muss es brühen, Freunde. Ich muss es euch beschreiben. Mh. Riecht leicht. So ein bisschen wie frisch gewaschen. Glisskur. Das riecht nach Glisskur. Kennt ihr diesen Glisskur-Geruch? Ja, gestillt in der Schweiz. Riecht sehr, 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 sehr gut. Wir haben eine Tuchmaske mit irgendeinem süßen Design. Ich glaube, das soll ein Eichhörnchen sein oder so. Eine feuchtigkeitsspendende Tuchmaske. Ist ein Stück mit drin. Super cute. Wir haben ein Schaumbart. Auch hier wieder was anderes. Wir haben ein Duschgel. Wir haben ein Duschcreme. Wir haben ein Schaumbart mit Zimt und Orangenduft. Das kann schwierig sein. Ja. Das riecht ein bisschen wie Jaffa-Cake. Oh. Mag ich persönlich nicht. Kennt ihr diese Soft-Cakes? Ne. Aber ne. Jaffa-Cake. Wow. Wir haben ein Winter-Shampoo mit für Winter gestresstes Haar. Auch hier ist das alles so ein bisschen an die Jahreszeit angepasst. Reinigt und schützt das Haar vor äußeren Einflüssen. Und gegen Heizungsluft rieche ich jetzt nichts. Coole Sache. Wir haben eine Aroma-Dusche. Auch hier im süßen Weihnachts-Design. Riecht, ja, riecht auch nach Zimt und Orange. Ist hier finde ich nicht ganz so schlimm wie gerade bei dem anderen Produkt. Aber ist okay. Wir haben noch drei Türchen vor uns. Ich liebe Weihnachten. Da sind so viele Überraschungen. Das ist ja für mich auch wie Überraschungen öffnen. Perfekt für meine Reise morgen. Beziehungsweise wenn ihr das Video seht, bin ich schon wieder da. Eine Handcreme in einer kleinen Größe. Perfekt für die Handtasche. Wir haben ein Körperpflegeöl. Und das ist natürlich richtig, richtig gut. So sieht das Ganze einmal aus. Auch hier mit Mandelöl. Also hochwertiges Öl. Riecht gut nach Vanille. Mag ich immer ganz gerne. Ich gebe mir mal zwei Tropfen hier rauf. Ja, ich, wie gesagt, Freunde, ölt euch ein. Ölt euch ein. Und wir haben ein Mezellenwasser für die schonende Reinigung. Auch in dieser kleinen Größe. Ist wirklich süß. Freunde, ich bin ehrlich, ich bin so ein bisschen überrascht. Ihr könnt mir jetzt gerne einmal eure Wertung in die Kommentare schreiben. Ich muss sagen, hier war nichts doppelt gemoppelt drin. Hier ist alles natürlich in kleinen Größen. Das muss man schon sagen. Inhalt würde ich sagen 4,5 Sterne auf jeden Fall. Aber auch das Design und das ist alles gut angepasst. Und auch wieder im Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Ding hat 15 Euro gekostet. Hier sind 24 Produkte drin. Wir haben Full-Size teilweise. Wir haben aber auch eine Vielzahl an verschiedenen Produkten, die extra entwickelt wurden. Und nicht aus dem Standardsortiment sich nicht abverkauft haben. Und ich finde, das sollte man immer so ein bisschen besser bewerten. Ich glaube, wer sich gerne durch so Drogerie-Pflegeprodukte durchschmummelt und schaut, was da alles möglich ist, hat mit dem Kalender wirklich einen guten, guten Griff gemacht. Das ist auch etwas, das kann man mal verschenken. Das ist nicht zu teuer. 15 Euro für 24 Produkte, die einen schönen, ich denke so. Du kannst, wenn du am 24. die Produkte alle geöffnet hast und dir beiseite gelegt hast, dann kannst du am 25. oder 26. so ein bisschen noch die Weihnachtszeit genießen und so einen Verwöhnabend machen. Du kannst dich abschminken, du kannst dich eincremen, du kannst den Tag nicht eincremen, du kannst dich mit drei verschiedenen Duschcreme, Duschwart, Duschschaum, Duscharoma, Dusche, Pflegeöle, Shampoo, Haarmaske, du hast so ein Verwöhn-Paket. Und das finde ich für 15 Euro wirklich in Ordnung. Und deswegen glaube ich, ist das bis jetzt einer der besten. Gut, das war jetzt für euch der zweite, aber wirklich ein sehr, 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 sehr guter Kalender, den ich euch empfehlen kann. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Kalender sagt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Kalender euch interessieren oder welche ihr euch anschaffen wollt. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!